Hochfunktionale Asperger-Autisten empfinden sich sehr häufig als getrennt von der Gemeinschaft. Sie sehen, wie andere Menschen scheinbar wie selbstverständlich und ganz ausgelassen zusammen sind, sich bei der Begrüßung in den Arm nehmen und so weiter und so fort. Und auch wenn sie durch intellektuelle Studien eventuell dieses menschliche Zusammensein schon sehr gut ergründet haben, scheint es ihnen trotzdem unmöglich zu sein, in diesem Spiel mitzuspielen. Sie verstehen, wie einfach es sein könnte, einen anderen Menschen bei einer Begrüßung zum Beispiel in den Arm zu nehmen, erleben aber für sich selber, dass sie scheinbar außerstande sind, diese einfache Bewegung, die Arme hochzunehmen und jemand anderen in den Arm zu nehmen, nicht in der Lage sind auszuführen und sehen sich somit vergleichbar einem kleinen Kind, das sieht, wie andere Menschen Fahrrad fahren, die Funktionsweise des Fahrens zwar verstanden haben, aber nicht in der Lage sind, das Wissen, das sie theoretisch haben, auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Das wiederum führt bei den Betroffenen, insbesondere im Erwachsenenalter später, zu einem erheblichen latenten Leidensdruck, da durch die fehlende Gemeinschaft und durch die fehlende Nähe zu anderen, die sich die betroffenen Klienten in den allermeisten Fällen sehr, sehr wünschen, entscheidende Bausteine der menschlichen Bedürfnispyramide nicht erfüllt werden. Und genau über dieses Thema sprechen wir in diesem Video. Ja, hallo! Und zwar möchte ich in diesem Asperger-Autismus-Video mal über das Problem sprechen, dass erwachsene Asperger-Autisten, die sich theoretisch schon das gesamte menschliche Miteinander erarbeitet haben, die die Funktion von Gestik und Mimik und so weiter wirklich tiefgreifend verstehen. Dazu empfehle ich natürlich meine anderen Videos zu diesem Thema, dass diese Autisten scheinbar irgendwie wie außerstande sind, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen und nicht verstehen, warum. Dazu möchte ich sagen, dass dieses Video auch sehr, sehr wichtig und hilfreich sein kann für alle Menschen, die sich in dieser Art und Weise von der lockeren, von der intuitiven Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen, insbesondere weil sie in der Kindheit sehr isoliert gelebt haben. Und auch wenn dieses Video von der Erzählweise auf hochfunktionale autistische Klienten zugeschnitten ist, sollten sich auch diese Leute davon nicht abschrecken lassen und sich das Video anschauen, da es ihnen eventuell wirklich weiterhilft und die entscheidenden Impulse nachreicht, die ihnen selber fehlen. Und zwar ist es ganz wichtig zu verstehen, dass sehr viele erwachsene Autisten gerne dieses Gemeinschaftsgefühl, von dem sie sich irgendwie auf eine fast schon mechanische, praktische Art und Weise ausgeschlossen fühlen, auch gerne für sich hätten. Ich weiß von vielen Autisten, dass sie sehr gerne andere Menschen auch mal zur Begrüßung in den Arm nehmen wollen, dass sie herzlich sein möchten und so weiter und so fort, aber dazu einfach nicht in der Lage sind. Sie sehen sich, sie sehen den anderen und wissen, eigentlich müsste ich jetzt nur meine Arme hochnehmen und den anderen kurz umarmen und so weiter und so fort, aber sie sind innerlich wie blockiert. Es lässt sich nicht umsetzen, das theoretisch erworbene Wissen ist in der Praxis nicht zu leisten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, da wir uns auch immer bewusst machen müssen, dass Menschen, und damit meine ich in der Regel alle Menschen, ein natürliches, essentielles Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Gemeinschaft haben. Wir wissen, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen bis zu zwölf Umarmungen pro Tag brauchen, um sich wirklich wohlzufühlen. Es ist ein Bedürfnis. Die Menschen haben ein Bedürfnis nach Nähe. Und gerade autistische Klienten sind davon im Erwachsenenalter zu einem großen Teil in den allerüberwiegendsten Fällen völlig abgeschnitten. Und das gilt auch übrigens für alle anderen Menschen, die sozial gehemmt sind, die oft einsam sind, die verkrampft sind, die blockiert sind. Für diese Menschen mache ich dieses Video. Sehr viele Asperger-Autisten und andere isolierte, einsame Menschen bekommen oft vielleicht sogar zu hören, du musst dich mal locker machen. Sei mal locker. Lass dich mal fallen. Ja, und diese Klienten erleben auch eine massive innere Anspannung, ja fast schon eine Überspannung in sozialen Situationen. Sie befinden sich in Gruppen und sind innerlich immer angespannt, können tatsächlich nicht locker lassen und verstehen sogar, was es bedeutet, wenn ihnen anderen ganz richtig sagen, du musst dich mal locker machen. Sei nicht immer so verkrampft. Aber wie gesagt, sie können es nicht umsetzen. Somit sind diese intellektuell teilweise sehr hochgezüchteten autistischen Klienten in der Situation eines Kindes oder eines Erwachsenen, der ein Fahrrad vor sich stehen sieht, aber Fahrradfahren nie gelernt haben. Sie sehen, andere Menschen fahren. Sie verstehen den Mechanismus, in die Pedalen zu treten, dass die Reifen sich bewegen und zu fahren und so weiter und so fort. Und trotzdem sind sie nicht in der Lage, das zu tun. Warum nicht? Weil ein Fahrrad zu fahren und auszubalancieren, intellektuell, und das ist ganz wichtig zu verstehen, nicht händelbar ist. Ein Fahrrad auszubalancieren, zu fahren, nicht umzufallen, ist keine intellektuell-theoretische Leistung. Das ist der Grund, warum insbesondere diese Klienten zwar verstehen, wie einfach es wäre, Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, weil es, glaube ich, sehr, sehr greifbar ist, einen anderen Menschen ausgelassen, zu einer Begrüßung zu umarmen, aber dazu nicht in der Lage sind. Die Arme wollen einfach nicht hochgehen. Genauso wie ein Fahrrad nicht einfach durch intellektuelles Verstehen, wie man fährt, ausbalancieren und tatsächlich fortbewegen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle zu verstehen. Und deswegen noch einmal der Merksatz. Mit anderen ausgelassen zu sein, und sei es auch nur, sie in den Arm zu schließen, zu einer Begrüßung, was nun schon einmal für NT ist, für Normalos ein ganz niedrigschwelliger Move ist, sage ich mal, ist keine intellektuelle Leistung und wird sich deshalb von den betroffenen Zuschauern meines Videos auch niemals durch intellektuelle Arbeit erschließen lassen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wir müssen hier einen Brückenschlag erzeugen, sprichwörtlich eine Brücke bauen. Wir müssen die nicht erworbenen, in der Kinder- und Jugendzeit nicht erworbenen Fähigkeiten nacherzeugen. Wir müssen diese Fähigkeiten, diese Erfahrungen, diese Skills, ein Fahrrad auszubalancieren, einen anderen zur Begrüßung in den Arm zu nehmen, locker und ausgelassen in der Gemeinschaft zu sein. Wir müssen diese Fähigkeiten nachentwickeln. Der autistische Klient muss nachreifen. Autistische Klienten haben durch Nichterzielte, das muss man ganz klar sagen, ich sage das nicht in einem wertenden Sinne, sondern einfach in einem praktischen Sinne, durch Nichterzielte Entwicklungsmeilensteine in der Kinder- und Jugendzeit eben nicht das Fahrradfahren auszubalancieren im sozialen Sinne, haben sie eine mangelnde, und das ist jetzt so wichtig, eine mangelnde Grundstruktur in ihrer Kognition, sage ich mal, in ihren Skills, eine mangelnde Grundstruktur in ihren Skills, später im Hier und Jetzt, im Erwachsenenalter, ausgelassen mit anderen Menschen zu sein. Alles, was sie leisten können, ist auf einer theoretischen Ebene zwar erarbeitet, bleibt aber immer mechanisch, ist niemals intuitiv. So sehen sich diese Erwachsenen im Erwachsenenalter, später in der Gemeinschaft, wie in einem Sportstudio auf einem festmontierten Spinningrad umherzufahren, aber können deswegen trotzdem noch nicht freihändig fahren. Das ist der Unterschied, weshalb sie sich in Gemeinschaften im Sozialen bewegen und ganz mechanisch sehr beschwert mit anderen interagieren, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Es ist einfach nicht locker und es fehlen halt auch ganz viele Mikro-Skills, wirklich anzukommen im menschlichen Verbund. Und genau diese Leute werden dann gesagt bekommen, hey, mach dich mal locker, sei mal ausgelassen, lass mal los. Gerade bei autistischen Klienten müssen wir aber verstehen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, dass dieses Lockerlassen eben nicht einfach so funktioniert, wie die Nicht-Autisten sich das denken. Denn bei diesen Erwachsenen fehlen grundsätzliche Strukturen, Meilensteine, die im Grunde normale Menschen, Nicht-Autisten in ihrer Kinder- und Jugendzeit erworben haben, die diese Erwachsenen Autisten allerdings verpasst haben, weil sie schon in der Kinder- und Jugendzeit durch ihren Autismus ausgeschlossen waren von der Gemeinschaft. Dazu zählt insbesondere, dass Ausgelassene mit anderen Menschen feiern, sich in sozialen Situationen, in wirklich privaten sozialen Situationen zu befinden. Nicht, wie Asperger-Autisten das kennen, auf einer Schulbank zu sitzen und am Schulunterricht teilzunehmen. Das ist nicht das Entscheidende. Der Vergleich im Erwachsenenalter, der sich dadurch aufbauende Skill, das können diese Autisten. Sie können zum Beispiel zu einem Postschalter gehen und dort ein Paket aufgeben. Das ist vergleichbar mit, auf der Schulbank zu sitzen und am Schulunterricht teilzunehmen. Aber diese Erwachsenen-Autisten scheitern eben völlig, locker zu sein, wie der Fisch im Wasser mit dem Schwarm zu schwimmen. Das können sie nicht. Denn das Äquivalent dazu ist es nicht, die Schulbank zu drücken, ist es nicht, am Kiosk etwas zu kaufen, sondern wäre es, in der Kinder- und Jugendzeit mit anderen Jugendlichen zu feiern, die Pause zu verbringen, lustig zu sein, eben nicht alles durch den Kopf zu handeln, sondern frei zu sein, intuitiv zu sein. Diese Entwicklungsschritte haben autistische Klienten in der Kinder- und Jugendzeit in aller Regel verpasst. Verpasst. Und haben deshalb nicht die Grundstruktur in ihrem Geist, in ihrem Denken, in ihrer Erfahrung, nicht die Struktur aufgebaut, im Erwachsenenalter mit anderen ausgelassen zu sein. Das ist die Lücke, die man unbedingt, wirklich mit Nachdruck, unbedingt verstehen muss, wenn man ein autistischer Klient ist, der sich als Erwachsener in dieser Situation befindet. Und deswegen sind diese Autisten auch wie blockiert, einfach wie blockiert, eben sich locker zu lassen. Es geht nicht. Das, und das ist ein sehr wichtiges und auch starkes Bild, das man sich vor Augen halten muss, entspricht einem Fahrradfahranfänger auf dem Fahrrad zu sagen, du musst einfach locker sein beim Fahren. Das kann er nicht, denn dann würde er umfallen, weil ihm die Fähigkeit zur Balance fehlt. Genauso fehlen autistischen Klienten die Fähigkeiten im sozialen Verband eben auszubalancieren, locker zu sein. Es geht nicht. Es ist nicht umsetzbar. Es führt allerhöchstens zu einem inneren Krampf, so wie Kinder oder Erwachsene, die zum ersten Mal Fahrrad fahren, ganz verkrampft auf dem Fahrrad sind. Sie können einfach nicht locker lassen. Es geht nicht. Deswegen, und das ist meine Empfehlung in diesem Video, müssen die Erwachsenen den Autisten alles das nachholen, was sie an Meilensteinen verpasst haben in der Kinder- und Jugendzeit, was aber Mitglieder der normalen nicht-autistischen Gesellschaft erworben haben. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass das eine Empfehlung ist, die nirgendwo von irgendeinem Berater, Psychologen für Autisten je gegeben wird. Aber es ist meine Empfehlung auf meinem Kanal, denn wir müssen einfach, ich denke, ich habe das ganz gut erklärt, verstehen, dass es nicht daran scheitert, einem erwachsenen Autisten zu sagen, so und so ist die Funktion von Fahrradfahren. Autisten müssen das freie Fahrradfahren, das Balancieren wirklich beherrschen. Und das ist keine intellektuelle, keine intellektuelle Leistung und somit ist und somit ist jegliches praktische Üben in sozialen Situationen tausendmal wertvoller als unendliche Therapiesitzungen, Coaching-Sitzungen auf der Couch mit irgendjemandem, der irgendetwas über Autismus erzählt. Theoretische Coaching- und Therapiestunden sind für erwachsene Autisten wie ewig Bücher über das Fahrradfahren zu lesen, aber einfach nicht zu fahren. Es wird sich dadurch nicht handeln lassen, dadurch lernt man das Fahren nicht. Deswegen ist meine ausdrückliche Empfehlung für erwachsene, hochfunktionale Autisten oder Autisten in der Kinder- und Jugendzeit, das nachzuholen, was sie als Kinder verpasst haben. Und das meint insbesondere auch auf Partygesellschaften sich zu bewegen, dort aktiv zu sein und sich dort eben fallen zu lassen. Ich möchte sogar sagen, auch wenn ich weiß, dass solche Aussagen- Empfehlungen riskant sind auf einem YouTube-Video. Aber ich meine dies im Rahmen des hier vorgegebenen für Asperger-Autisten und so weiter und so fort und mache natürlich hier auch keine Einzelberatung. Das ist ganz wichtig, ja, dort auch einmal abzustürzen. Das hört sich komisch an, ja, aber nur durch das Fahrradfahren und auch Hinfallen beim Fahrradfahren, das gehört dazu, meine Lieben, wird man irgendwann diesen Skill erwerben. Und deswegen sollten, das ist meine Empfehlung, die erwachsenen Autisten zusehen, die Sachen, die sie als Jugendliche nicht gemacht haben, die für erwachsene NTs als dumm, als schon überwunden gelten. Diese Haltung lässt sich aber, ist aber nur dadurch zustande gekommen, dass sie es gemacht haben. Ganz wichtig zu verstehen, die allermeisten Asperger-Autisten haben das allerdings nicht gemacht und somit fehlt dieser Baustein. Wir können nicht ein Haus, ein soziales Haus, ein Verhaltenshaus anfangen, mit dem Dach zu bauen. Wir müssen erst einmal das Fundament bauen und dieses Fundament fehlt bei sehr vielen Autisten und somit ist ihr Dach im Erwachsenenleben wie ein Dach, das auf Stelzen gebaut wurde, ohne den Rest des Hauses, ohne das Fundament. Es ist deswegen ganz wichtig, dass erwachsene Autisten, die versuchen, intellektuell irgendwie dieses Soziale zu verstehen und nachzuspielen wie ein Roboter, dass diese Leute, das kann ich natürlich an dieser Stelle niemandem abnehmen, aber ich hoffe, dass ich helfe, das Problem wirklich in der Tiefe auch zu erfassen, dass diese Leute die Skills, die sie verpasst haben, nachholen. Dazu gehört auch, wirklich das soziale Miteinander zu leben, ja, mit allen Risiken, die dazu gehören. Das ist einmal so, wir müssen einfach wissen, was wollen wir und was ist der Preis. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass NTs sich alle in einem Club als Erwachsener befinden, in einem Club, des als Kinder und Jugendliche haben wir alle das und das gemacht. Dadurch kommt ihr Gemeinschaftsgefühl zustande, ja, sie befinden sich, auch wenn sie auf neue Leute treffen, in einem gewissen Club, der früher haben wir ausgelassen zusammen gefeiert und sind auch zusammen auf die Nase gefallen, sprichwörtlich. Das ist der Club, in dem sich diese Erwachsenen NTs befinden, alle, ja, in der Regel alle und dadurch kommt auch ihr Zusammensein, ihr Verhalten, ihr vertrauter Umgang miteinander zustande, der vertraute Umgang, der eben den Asperger Klienten fehlt. Es ist egal, ob andere Nicht-Autisten, die diese Schritte natürlich alle schon durchlaufen haben, überwunden haben, das als dumm und naiv abstempeln, aber es ist gerade für diese Erwachsenen Klienten wichtig. Damit meine ich natürlich nicht wirklich grob fahrlässig dummes Verhalten an den Tag zu legen, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das, was diesen Autisten, den Erwachsenen fehlt, nicht intellektuell erwerbbar ist, sondern einfach durch Machen, so wie Kinder Fahrrad fahren, einfach machen müssen und dazu gehört auch umzufallen, ja. Keiner hat das Fahrradfahren gelernt, ohne dabei einmal umzufallen, das ist einfach so und solange wir uns davor drücken, werden wir es auch nie meistern, tatsächlich ein Fahrrad ausbalancieren und fortbewegen und fahren zu können. Ich hoffe einfach, dieses ganze Problem nochmal ein bisschen in der Tiefschichtigkeit besser erklärt zu haben, übt genau das, was euch fehlt, nämlich der intuitive, ausgelassene Umgang mit anderen, der nicht intellektuelle, nicht intellektuelle Umgang mit anderen. Das ist es, was ihr üben müsst und hinfallen, auf die Nase fallen gehört dazu. Ich kann es euch in diesem Video, denn auch das, was ich hier leiste, ist eine intellektuelle, rationale Erklärung, nicht abnehmen, das zu tun. Ich möchte euch aber wirklich dazu ermutigen, wirklich in den Sozialverbund zu gehen und es zu machen, ja, großzügig das zu machen, auch mal auf eine Feier zu gehen, auch mal dort auf die Nase zu fallen. Nur das gibt euch die Möglichkeit und baut die Mikro-Skills und Strukturen auf als Erwachsene, in normalen Situationen auch eben loslassen zu können, vertraut mit anderen umzugehen, selber im Club zu sein, im Club des intuitiven, vertrauten, gemeinschaftlichen Umgangs, Menschen bei einer Begrüßung wie selbstverständlich auch mal zu umarmen, somit massive wichtige Bausteine in der Bedürfnis Pyramide auch im Leben erfüllt zu bekommen und somit überhaupt erst ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Ich kann es euch nicht abnehmen, ich kann euch dazu ermuntern, übt die sozialen Situationen, aber nicht auf eine intellektuelle Art und Weise. Das Studieren hilft euch nicht, ihr müsst es machen, dazu gehört auch das Scheitern. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß beim Umsetzen, ja, macht es einfach, bedenkt, was habe ich als Kind, als Jugendlicher nicht getan, was alle anderen getan haben, genau das müsst ihr üben und dann werdet ihr auch mehr Zugang bekommen zur normalen Gemeinschaft und euch auch wirklich entspannt wirklich fallen lassen zu können, zu können und ich wünsche euch wie immer auch alles Gute auf eurem gesamten Lebensweg und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020